Don't be upset, eat some spaghetti. Scheiße, Haar. Was ist das für... Das ist für... Das ist für Dekoration. Ah, das ist, warum ich mich confused habe. WTF? Ah, Brody, du hast einen süßen Lachen. Danke, ich weiss. Hi. Dudy, was heisst es eigentlich, ein Telefon-Pring zu machen in Slowakia? Warte. Ich glaube, das ist das gleiche Telefon-Pring. Das ist international. Und in Dänemark? Telefon-Pring. Okay, dann machen wir eine Telefon-Pring. Ich probiere Tickets anzurufen. Was ist? Howdy, mein Freund. Wie geht es dir? Gut, dir auch? Ja, sehr gut. Ich wollte nur fragen, ob du im Zirkus mit mir gehen wolltest. Dann können wir zusammen mit Hennes gehen. Ich habe leider keine Zeit. Was willst du? Ja? Und danach können wir zum Club gehen und dann gibt es eine geile Disco-Kugel. Und danach können wir ein Schnitzel genießen. Was sagst du? Mit dir gehe ich immer gerne Schnitzel essen. Oh, du bist der Beste. Und dann können wir vielleicht einen E-Scooter kaufen. Warum denn? Was willst du mit einem E-Scooter? Weil dann können wir nach Dallas fahren. In den USA. Okay. Okay. Ja, und da gibt es diese T-Rex-Show in den USA. Das wollte ich richtig gerne hingehen mit dir. Das wird sehr schön. Ja, wenn wir in den USA sind. Ja, ja, genau. Und dann sagen wir Kölnerlauf. Okay, Kölnerlauf. Ja? Sollen wir das machen? Das machen wir. Okay, super. Das war alles von mir. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Ciao, mein Freund. Ciao. Ah, Servus. Aber ist okay. Aber ich glaube, er kennt ihn auch. Weil er rief. Was ist falsch mit Tristan? Ja, Dudi. Dann musst du erst mal nachmachen. Ja, ich probiere. Ich probiere mit Danny. Mit Danny. Danny ist mein Bruder. Okay, dann. Ich probiere auf Danny. Es rief. Es rief. Es rief. Es rief, Mann. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Du bist gut in Köln. Du hast ein Schloss. Ja. Du hast sicher ein Schloss. Du kennst einige Schloss. Ich kann mich fragen. Aber das Problem ist, dass Karneval auch im nächsten Jahr kommt. Im Januar oder im Februar vielleicht. Ich brauche eine Maske. Du brauchst nicht eine Maske. Du bist eine Maske. Aber ich brauche eine Maske, Mann. Warum riefst du? Ich weiß nicht, Mann. Du hast noch ein Gespräch? Oder gehst du nach Hause? Nein, ich weiß nicht. Ja, gehst du nach Hause. Du bist so lange im Club. Du bist professionell. Du bist so lange im Club. Ich habe etwas. Dann schnau ich. Dann gehe ich nach Linton. Das ist nicht in der Kindergarten, Bro. Du gehst nach Hause. Ich versuche. Du bist da, wie in der Kindergarten. Spannst du mit den Leuten. Das ist nicht schön. Nein. Dann gehen wir nach Linton. Dann gehen wir etwas zusammen. Ja, wir essen diese Pommes-Rudweiß. Was ist das Pommes-Rudweiß? Ja, Pommes-Fries. Ja, Pommes-Fries. Ja, Pommes-Fries, ja. Aber er sagt, dass es ein Shop mit Pommes-Fries ist sehr gut. Ich weiß nicht, ob du ihn wissen. Aber wir können da auch essen gehen. Eine Minute. Du bist so professionell. Und jetzt willst du Pommes-Fries essen? Ja, Pommes-Fries essen. Ja, Pommes-Fries. Ja, Pommes-Fries essen. Und noch etwas. Du warst aus meiner Shoot in Partizan. Aber du sahst auf der Internet ein paar Memes? Oder nicht? Nein. Nein? Ich versuche es später. Aber es sind auch Memes über dich, wie du sahst im Spiel. Du sahst das? Du sagst im Partizan? Nein, nein, im Partizan, ja? Im Partizan, ja? When du slide? Nein, nein. Ok, ich weiß nicht. Ok, geh weg. See you. Ciao, ciao. Ich weiß nicht, sagen wir mal. Das war's für heute. Passt auf. Wenn wir wieder nächstes Mal anrufen, ciao ciao.